Hi, wir sind Chris und Hans von eLearning by Doing. In den nächsten Minuten wollen wir euch fünf einfach zu bedienende digitale Lerntools vorstellen, die euch im Schulalltag wie im Online-Unterricht weiterhelfen werden. Wir sind zwei Lehramtsstudierende kurz vorm Abschluss und überzeugt davon, dass in unserer kleinen Liste mit Empfehlungen für jede Lehrerin und jeden Lehrer etwas dabei ist. Unser erstes Tool heißt Loom. Mit Loom lassen sich in Windeseile Videobotschaften für Schüler aufnehmen und auch gleich verschicken. Man braucht dafür weder Vorkenntnisse noch irgendwelche Profi-Ausrüstung, sondern ein Computer mit Webbrowser reicht aus. Man geht einfach auf Loom.com, registriert sich kurz und installiert eine kleine Browser-Erweiterung. Ein Klick auf Start New Recording startet dann die Aufnahme. Und so sieht eine Loom-Aufnahme dann aus. Man hat die Möglichkeit nur das aufzunehmen, was man selber auf dem Bildschirm sieht oder nur die eigene Webcam aufzunehmen bzw. eine Kombination aus beidem, wie ihr es hier sehen könnt. Kleinere Fehler, die sich vielleicht dann bei der Aufnahme einschleichen, kann man dann direkt im eingebauten Editor korrigieren. Über das Freigabemenü schickt man das Video dann direkt an die Schülerinnen und die Schüler. Und dank der praktischen Privatsphäre-Option kann man immer selbst bestimmen, wer das Video zu sehen bekommt. Sobald die Schüler dann den Link haben, können sie auf das Video zugreifen, es kommentieren oder mit kleinen Emojis reagieren. Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Aufnehmen. Bei Google Jamboard handelt es sich um ein kostenloses Tool für digitale Whiteboards, an denen mehrere Nutzer in Echtzeit miteinander arbeiten können. Um ein Jamboard zu erstellen, benötigt die Lehrperson einen Google-Account. Die Schüler müssen sich zum Mitarbeitenden aber nicht registrieren. Jamboard zeichnet sich vor allem durch seine einfache, übersichtliche und intuitive Bedienung aus und durch die Fokussierung auf wesentliche Funktionen. Es gibt eine Auswahl an Zeichentools und die Möglichkeit, kleine Textnotizen hinzuzufügen und diese anschließend frei auf dem Whiteboard zu platzieren. Zusätzlich gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, Bilder hinzuzufügen, z.B. von der eigenen Festplatte oder direkt über die Google-Bildersuche. Die Jamboards können auch jederzeit als PDF oder Bilddatei exportiert werden. Ein einzelnes Jamboard besteht auch immer aus verschiedenen Frames, also verschiedenen Zeichenflächen. Das heißt, es wäre auch eine Art Gruppenarbeit denkbar. All das macht Jamboard zu einem kleinen, leicht zu bedienenden Tool für zwischendurch. Worksheet Crafter hat uns zuerst eine Grundschullehrerin empfohlen. Und als wir das Tool dann getestet haben, waren wir total begeistert. Worksheet Crafter nimmt uns nämlich ziemlich viel Arbeit beim Erstellen von Arbeitsblättern ab. Wenn wir z.B. ein Arbeitsblatt für den Deutschunterricht erstellen wollten, können wir schon auf viele vorgefertigte Aufgabentypen zurückgreifen. Wir können uns z.B. einfach ein paar Sätze ausdenken und sie anschließend in Lückentexte umwandeln. Auch Silbenmarkierungen, Wortschlangen oder Schütteltexte lassen sich damit total einfach erstellen. Natürlich kommen aber auch die Mathelehrer auf ihre Kosten. Für diese bietet Worksheet Crafter nämlich einen automatisierten Aufgabengenerator. Dieser hat sogar eine einfache Funktion, mit der wir den Schwierigkeitsgrad der Aufgabe spielend leicht anpassen können. Durch die Exportfunktion können wir uns anschließend einerseits ein Lösungsblatt für uns generieren lassen und natürlich die Aufgabenblätter für die Schüler abspeichern. Und einen großen Marktplatz, wo wir als Lehrkräfte gegenseitig unsere Aufgaben austauschen können, gibt es auch noch. Worksheet Crafter kann kostenlos und unverbindlich ausprobiert werden. Die Vollversion kostet dann ungefähr 60 Euro im Jahr. Man kann aber auch auf das Abo-Modell verzichten und sich die komplette Version für 150 Euro einmalig kaufen. Quizlet ist ein kostenloses Online-Angebot, mit dem Lehrkräfte digitale Lernsets erstellen und Schülerinnen und Schüler mit diesen dann lernen können. Ein solches Lernset besteht in der Regel aus einer Reihe von Wortpaaren, also zum Beispiel einer Art Vokabelliste oder Begriffen und derer Definitionen. Lernsets lassen sich entweder in ganz klassischen Formen lernen, also zum Beispiel als wendbare Karteikarten oder mit Multiple-Choice-Fragen, oder auch spielerisch, zum Beispiel in dem sehr schönen Spiel Schwerkraft, bei dem es darum geht, die Begriffe so schnell wie möglich einzutippen, um den Planeten vor der Zerstörung zu schützen. Es gibt sogar noch einen Wettbewerbsmodus, bei dem die Schüler in Echtzeit gegeneinander antreten können. Für Lehrkräfte ist es gut zu wissen, dass es einerseits auf Quizlet.com eine Auswahl an vorgefertigten Lernsets gibt. Wer nicht fündig wird, kann aber problemlos mit dem sehr übersichtlichen Editor ein eigenes Lernset erstellen. Alle Lernsets können von den Schülern ohne Anmeldung im Browser aufgerufen werden oder über die Quizlet-App, für die ist dann allerdings eine Registrierung notwendig. Quizlet ist ein tolles Tool, das frischen Wind in das Pfade, Vokabel und Begriffe lernen bringen kann. Eine gute Videokonferenz-Software zu finden, ist ja gerade gar nicht so einfach. Oft sind die Programme entweder instabil, haben zu wenig Funktion oder sind unsicher. Wir haben jetzt endlich mit BigBlueButton eine Software gefunden, die wir uneingeschränkt für euch empfehlen können. BigBlueButton wird als Alternative zu Skype oder Zoom unter anderem an sehr vielen Universitäten eingesetzt. Es lassen sich damit Videokonferenzen erstellen, um digital zu unterrichten. Außerdem hat BigBlueButton viele nützliche Zusatzfunktionen für den Unterricht. Man kann zum Beispiel den eigenen Bildschirm freigeben, um eine PowerPoint-Präsentation mit den Schülern zu teilen oder ein Video abzuspielen. Auch kann man Umfragen erstellen, Whiteboards benutzen oder die Schüler in kleineren Lerngruppen organisieren. BigBlueButton läuft dabei direkt im Browser, es muss also nichts installiert werden. Die Schüler müssen dabei kein eigenes Profil erstellen, sondern können einfach über einen Link in die Konferenz eintreten. Als Open-Source-Software ist BigBlueButton übrigens kostenlos und wesentlich sicherer als die Konkurrenz. So, das waren also unsere fünf Tools, die uns besonders gut gefallen haben. Wir haben mittlerweile schon eine ziemlich große Liste an Empfehlungen und können natürlich nicht für jede Empfehlung ein einzelnes Video machen. Deshalb sammeln wir alle Empfehlungen für bestimmte Kategorien bei uns in einem Google Doc. Das Doc wird dann laufend aktualisiert und ihr könnt es einfach über einen Link abrufen. Den Link dafür findet ihr unterhalb in der Videobeschreibung. Wenn euch das Video hier weitergeholfen hat, dann könnt ihr uns weiterhelfen, indem ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt und es an andere Lehrer weiter schickt. Wir haben vor, noch mehr Videos dieser Art zu machen. Wenn ihr die nicht verpassen wollt, könnt ihr gerne unseren Kanal abonnieren und auf die Glocke klicken, damit ihr dann, wenn es soweit ist, auch benachrichtigt werdet. Dann kriegt ihr übrigens auch mit, wenn wir live sind. Mehrmals die Woche setzen wir uns nämlich hin und testen live auf YouTube verschiedene Lerntools. Außerdem haben wir da gelegentlich interessante Gäste und wenn ihr selbst der Meinung seid, dass ihr vielleicht interessante Sachen zu erzählen habt und eure Erfahrungen in Sachen E-Learning oder Digitalisierung mit uns teilen wollt, dann seid ihr natürlich auch herzlich eingeladen, an so einem Interview teilzunehmen. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs zuschauen und bis zum nächsten Mal.